Bitcoin und Ethereum. Was ist die nächste Preisbewegung? Lass uns das in den Charts rausfinden. Gestern habe ich erwähnt, dass Bitcoin bis 19.600 kommen wird und dann runterbrechen wird und es hat genau so gemacht, wie ich es gesagt habe. Aber wir sahen keine gescheiterte Bewegung, gefolgt von einer schnellen Bewegung in die andere Richtung. Bedeutet das, dass Bitcoin noch niedrigere Ziele erreicht oder wird Bitcoin höhere Ziele erreichen bis zu 24.000? Und zerstört damit mein bärisches Szenario? Wir werden das alles rausfinden in der heutigen Sendung. Und wenn ihr meine Vorschläge traden wollt, dann könnt ihr dies tun unter Femex und bekommt 680 Dollar Bonus. Also klickt auf den Link in der Beschreibung des Videos. Mein Name ist Da Vinci Jeremy und ich bin heute hier mit Inti Campos. Guten Morgen Leute, wie geht es euch heute? Wow, Inti, es war einfach ein sehr verrückter Tag im Bitcoin gestern Abend. Und ich meine, der Preis ist hochgeschossen mit so einer lächerlichen Kerze, die ist einfach nur hochgeschossen und dann gerade wieder runtergeschossen. Heftig. Wie fühlst du darüber? Wow, also ich verstehe langsam, was du gestern gesagt hattest, mit dass Bitcoin sich wie den Forex-Markt verhält. Das wird immer mehr Realität. Ja, das stimmt. Das war noch nie vorher so. Nein, das war es nicht. So schlimm war es noch nie. Und wenn du dir das ansiehst, irgendeine andere Kryptowährung, wie zum Beispiel XRP oder Dash oder EOS, du siehst einfach nicht das passieren, was bei Bitcoin gerade passiert. Der bricht aus und dann wird er doch nicht ausbrechen, bevor er dich ausstoppt. Und das nennt man einen Stop-Run. Und deswegen ist es eigentlich so wie, okay, alle anderen Märkte verhalten sich nicht so, weil die nicht manipuliert sind. Und jetzt kannst du wirklich sagen, dass Geld von der föderalen Reserve in den Markt reingekommen ist. Bei beiden, bei Bitcoin und Ethereum, weil die genau die gleichen Sachen machen. Und darüber werden wir heute reden. Und natürlich auch mit anderen Themen, die wir heute besprechen werden. So wie, ich werde durch ein paar Videos von mir gehen und werde euch zeigen, dass einer von meinem Video über 300.000 Aufrufe hat. Oh, die Chart. Was ist das? Du wolltest doch die Chart zeigen. Nee. Alles gut. Alles gut. Das machen wir jetzt nicht. Also, und dann werden wir auch darüber reden, über die ganzen Bitcoin-Tresuries und noch ein paar andere Sachen in heute Sendung. Mit dem gesagt, und bevor ich mit allen anderen weitermache, Insti hat uns was zu sagen. Ja, wie immer Leute, möchte ich euch daran erinnern, dass dieses Video für Informationszwecke dient. Und das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer hart verdientes Geld auf dem Markt riskiert. Okay, super. Das erste zuerst. Ich möchte euch noch einen Blockbuster vorspielen. Und ich bin mir sicher, ihr habt das schon gesehen. Aber ich möchte euch es nochmal vorspielen und ich glaube, ich habe das geupdatet. Also, ihr drückt einfach den Gefällt mir Knopf. Damit hilft ihr wirklich dem Kanal sehr. Und wenn ihr dann einfach einen schönen Kommentar hinterlässt, besonders wenn ihr DJ15-Token besitzt. Es ist Teil deines Jobs, deinen Token höher gehen zu sehen. Also, dann müsst ihr abonnieren und die Glocke drücken und hinterlässt einen Kommentar. Es ist wirklich einfach. Es macht Spaß. Und danke, dass ihr es tut. Okay, mit dem gesagt, hier ist einer meiner ersten Videos, die einfach nur explodieren. Ich meine, ich bekomme immer noch jeden Tag weit über 30.000 Aufrufe. Jeden Tag. Und dieses Video geht einfach nur verrückt. Und ich schätze das wirklich sehr, die ganzen neuen Leute, die dieses Video schauen und wenn ihr interessiert seid, andere Videos zu schauen, die ich vorhergesagt habe. Ich meine, das war 2013. Ich habe wirklich ein paar gute in meiner Playlist, die ihr euch mal anschauen müsst. Hier zum Beispiel, wenn du in meiner Playlist gehst und dann Bitcoin 2011 calls, da kannst du ein paar wirklich krasse Videos sehen, über wie ich Bitcoin kommentiere und ja. Lass mich nur mal eben hier auf alle ansehen. Und hier kannst du welche von den älteren Videos sehen, die ich hochgestellt habe, früher, wo ich versucht habe zu erklären, wie Bitcoin funktioniert und wo ich ein Video hatte, wo jemand anders Bitcoin erklärt, aber es hat nichts hat funktioniert. Keiner hat mir zugehört und die Leute haben eigentlich gedacht, dass ich komplett verrückt bin. Und weil wir gerade über verrückt und nicht zuhören sprechen, ich möchte etwas aufbringen über die Covid-Impfung. Und zwar, wisst ihr was, ich bin kein Gegner gegen Impfungen, weil Impfungen schon der Menschheit schon sehr viel geholfen haben und auch gut waren. Also, das Problem ist nicht unbedingt die Impfung, sondern das Problem ist diese ganz bestimmte Impfung. Also, ihr wollt vielleicht ein paar Fragen fragen, um sicher zu gehen, dass es euch gut geht. Und ich bin mir sicher, ihr wollt, dass es euch gut geht. Also, mit dem gesagt, nur der Fakt, dass sie sagen, dass die Impfung sicher ist, aber wartet mal, normalerweise, jede andere Impfung braucht 10 Jahre, um zu machen. Warum ist es in Ordnung, einfach diese Impfung zu nehmen und andere brauchen 10 Jahre, um zu entwickelt werden? Und was für Versuche habt ihr gemacht mit dem Impfstoff, um davon auszugehen, dass Leute, die keine medizinischen Probleme haben, oder, dass die in Ordnung sind, wenn die diesen Impfstoff bekommen? Ich meine, fragt einfach ein paar Fragen, die normalen Fragen. Und, weil das ist einfach dein Leben, das ist dein Körper. Du willst etwas vielleicht, die ganzen Sachen hinterfragen. Können wir einfach sicher machen, dass das sicher ist? Es ist wahrscheinlich, aber wir wollen es einfach nur sicher machen. Ist das in Ordnung? Ist das zu viel, um zu fragen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Lass uns weitermachen mit Uniswap. Sie haben 50 Billionen User. Und sie warten gerade, bis Version 3 rauskommt. Wisst ihr, Uniswap ist eigentlich... Es kann eigentlich betrachtet werden, wie Bitcoin, Bitcoin, wie es 2011 war. Als es rausgekommen ist, in 2011. Es war einfach noch früh, und sehr viele Leute haben es nicht verstanden, wie um es zu gebrauchen, und waren durcheinander. Und es wirkte einfach etwas schwer. Ja, aber dieses Ding wird alle... Es wird wirklich alle zentralisierten Exchanges übernehmen. Es wird sie auslöschen. Alle zentralisierten Exchanges. Und es wird jegliche Fiat-Währung auslöschen, schneller als die Leute überhaupt denken können. Warum ist das so? Warum? Ich werde das erklären. Es ist, weil... Gerade jetzt haben wir Märkte, die ausgeschaltet werden können. Versteht ihr? Wir haben Märkte, die ausgestellt werden können. Wenn ihr einen Uniswap-Markt habt, das überall existiert, und nirgendwo überhaupt, das könnt ihr nicht ausschalten. Also, wenn der Markt entscheidet, dass er verrückt in eine Richtung geht, es gibt kein Stoppen. Es gibt keinen Weg, es zu stoppen. Und das ist, wenn wir zum Beispiel irgendeine Fiat-Währung kollabieren lassen könnten. Weil da ist niemand, der sagen könnte, oh, wir müssen die Märkte stoppen. Gar nichts von dem. Keiner könnte stoppen. Also, Leute würden sagen, oh mein Gott, verrückt, und würden den Markt dampfen. Und in diesen Zyklissen müssen wir fragen, warum haben die das gemacht? Warum? Weil jeder realisiert, dass der Dollar nicht es wert ist. Es ist nur ein Stück Papier, dass sie es drucken in unenglichen Mengen. Und es gibt keinen Weg, es zu stoppen. Und wenn erstmal dieser große Ansturm kommt, auf diese ganzen dezentralisierten Exchanges, es gibt keinen Weg, es zu stoppen. Und deswegen, wisst ihr was, bevor ich weitermache, ich wollte eigentlich mit einem anderen Thema weitermachen, aber ich werde das eigentlich überspringen, weil ich wollte darüber reden, über ein anderes Thema. Und ich hatte das nicht bereit, und ich werde das, es tut mir leid, dass ich mir das nicht vorbereitet habe. Es ist über Ice Age Farmer. Er hat das erwähnt, genau hier, genau hier. Dieser Typ, im Juli 2020, er hat gesagt, ja, wisst ihr was, wir werden einen Angriff auf die Infrastruktur des Internets haben. Und dass es keinen Strom geben wird, und dass es nichts geben wird. Und denkt dran, ich habe euch hier gesagt, dass ich viele Leute über Bitcoin erzählt habe, und dass mir keiner zugehört hat. Ich erzähle euch, wenn dieser Typ redet, deren Pläne funktionieren nicht immer, aber oft genug tun sie es schon. Also, hört wirklich gut zu. Wenn die sagen, dass die sich vorbereiten, und die schon etwas aufgebaut haben, und das haben sie schon, um die Leute darauf vorzubereiten, was passiert, wenn so ein Angriff durchgeführt wird. Und darüber reden sie, und die haben das hier zusammengesetzt, über das Event 201, Ich werde den Link in der Beschreibung unter diesem Video lassen. Und deswegen, ich würde vorschlagen, nur vorschlagen, dass wenn ihr könnt, dass ihr euch gut mit Nahrung und mit Wasser versorgt, und wenn ihr natürlich Strom speichern könnt, nur wenn ihr es natürlich könnt. Geht mit all dem bitte nicht über Bord, und stürzt euch nicht in irgendwie einen finanziellen Ruin, und werdet irgendwie verrückt. Aber macht einfach sicher, dass ihr versorgt seid, und dass ihr sagen könnt, Ja, ich habe etwas nur, etwas extra Nudeln, und ein paar extra Flaschen Wasser. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Also, das ist alles. Geht aber nicht vollkommen über Bord damit. Okay. Bitcoin, wisst ihr, es ist so hoch gegangen, es gibt wirklich nur ununterbrochen positive Nachrichten. Wirklich ununterbrochen. Ich könnte über JP Morgan reden, die rauskommen. Ich könnte über verschiedene Firmen reden, die sagen, die das kaufen. Es gibt einfach ohne Ende positive Nachrichten. Aber haltet in Gedanken, wir sind 90% in Extreme Greed bis den ganzen Weg hoch. Also, haltet es immer in Gedanken, und es wird nie gut enden. Aber, lass uns mit Bitcoin anfangen. Und ich habe wirklich gedacht, dass dieser Dump hier runter, wird ein gescheiteter Ausbruch, gefolgt von einem Schnellbewegung in die andere Richtung. Der Druck ist gekommen, und dann hat es einfach angefangen zu brechen. Also, wenn wir uns das ansehen, auf der größeren Zeitspanne, muss ich sagen, muss ich wirklich sagen, es gibt niemanden, der gerade hier oben kauft, aber zur gleichen Zeit, wenn erstmal hier oben dieser Preis weiter hier runter fällt, dann werden sie interessiert sein, um zu kaufen. Versteht ihr? Dann werden sie interessiert sein, zu kaufen. Jeglichen Dippen. Wieso ist das so? Es ist, weil, wisst ihr, die ganzen gehypten Nachrichten und jegliche kleinen Dipps, die Leute werden den Kaufknopf drücken. Kaufen, kaufen. Also, jetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe das mit dir in Dippen gesprochen. Was denkst du darüber? Wenn... Was denkst du darüber? Dass die Leute einfach nur die Dipps kaufen, und die sind nicht interessiert, bei 19.500 zu kaufen, und über 19.500. Ich meine... Wie muss ich das darstellen? Es wäre wie, wenn du dich selber überzeugen musst, du fängst irgendwelche niedrigen Preise, aber du tust es nicht. Weil alles, was eine gute Gegend ist, um zu kaufen, für einen guten Preis ist es nicht. Und ich bin überzeugt, dass der Preis irgendwann weiter runter geht. Genau. Das Problem ist aber, wann. Hier ist das Ding. Das könnte... Das könnte in Monaten dauern, irgendwie in der Zukunft. Ich würde nicht Monate sagen. Aber ich wollte einfach nur ein blödes Beispiel sagen. Ja. Also, ich würde sagen, Wochen in der Zukunft. Aber, wenn wir zurückgehen zu den Charts, kannst du sehen, dass wir wahrscheinlich hier oben mit einer Dolce-Kerze enden werden. Das würde mich nicht überraschen, mit einer entscheidungslosen Kerze. Wir haben nicht, wie ich gedacht habe, diese Höhe gebrochen haben. Aber wisst ihr was? Ich habe meine Shorts hier schon geschlossen, als wir runtergedammt sind. Als ich gedacht habe, es bewegt sich nicht schnell genug. Genauso wie, es sind keine Käufer. Und es sind auch keine Verkäufer. Es gibt nicht genug Bitcoin, die in den Markt verkaufen, um genug Verkaufsdruck echt wirken zu oder echt sein zu lassen, um ihn weiter runter zu drücken. Heftig. Ich weiß nicht, wo die Bären sind. Wo sind die Bären? Ja, aber wirklich. Wird jemand sie rauslassen? Ich glaube nicht. Und dann, wenn wir uns die vierstündige Chart ansehen, lass mich sie einfach mal öffnen. Hier gibt es sehr viel, lass mich einfach mal, ich glaube nicht, das war auf dieser. Lass mich sie einfach mal tauschen zur, zu dieser. Ich glaube, hier hatte ich auf diesen vierstündigen, nee, hier nicht. Ich hätte schwören können, dass ich vierstündigen Druck gesehen hätte, aber ich glaube, das war bei Ethereum. Also, lass uns zu den vierstündigen Kerzen gehen. Ihr könnt sehen, wir bleiben über den 13 IMA. Jeder ist so wie, äh, ja, nee, wir halten es, wir halten es, wir halten es. Die halten einfach diese Linie. Die lassen Bitcoin nicht tiefer sinken. Und ich bin mir nicht sicher, wer diesen Battle gewinnen wird, zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, ich glaube, es ist mehr 51% auf der Bullen-Seite, weil es gibt keine Bären. Und eventuell werden die Leute, die Geld haben, werden sagen, oh, verdammt, ich kann nicht diese Dips kaufen, ich will sie noch tiefer kriegen, aber es kommt nicht, ich werde jetzt einfach kaufen. Und das ist eventuell, was passieren wird. Die Leute werden einfach nur bei den 19.500, bei den bis zu 20.000 Level einfach kaufen und weiter hoch. Und das ist gerade, wie ich das sehe. Und ich habe meine ganzen Shorts gelöscht. Ich könnte falsch sein, aber die Bären könnten jetzt sagen, okay, ich glaube, wir haben genug Bullen gefangen und wir drücken den Preis jetzt weiter runter. Wenn sie das wollen würden, dann hätten sie das schon längst gemacht. Das wäre die beste Kerze, auf der man das hätte machen können. Und die haben versucht zu drücken, als wir hier durch den 13 EMA durchgebrochen sind und die noch weiter bis zu dieser Linie runtergedrückt haben. Aber sie sind gescheitert, um das zu machen. Also, ich wechsle meine Ansichten zur Bullischen-Seite. Und wir können sicher sein, dass wir völlig Bullisch sind. Lass mich das einfach mal hier etwas sauber machen, zu dieser simpleren Chart, dass ihr das besser sehen könnt. Ich werde voll Bullisch sein, wenn wir die 19.566 durchbrochen haben. Und dann, das ist das. Wir gehen höher. Wir werden zu 20.000 gehen. Da, wo die ganzen neuen Bitcoin-Leuten und die ganzen durchschnittlichen reinkommen werden und den Bitcoin kaufen werden. Und eigentlich, lass uns sehen, wo wir höchstwahrscheinlich hin ausbrechen werden, in diesem Blow of Top von hier. Ich würde sagen, das erste Ziel ist die 1.618 und wir können immer noch höher gehen wie 27.000. Versteht ihr? Also, ich mag das. Wow. Wow. Das ist, ja. Hier ist meine Analyse, wie ich denke, wie hoch wir gehen können, wenn wir die 20.000-Dollar-Marke durchbrechen. Ich denke, dass der ganze Hype sehr, sehr groß sein wird. Also, wir werden uns das ansehen, sobald wir höher und höher drücken werden und halten ein Auge auf irgendeine Art von Umkehr sehen werden, weil wenn erstmal der übliche Bürger den ganzen Markt aufpumpt, dann sollten wir ein Auge auf eine Korrektur erwarten, die einfach aus dem Nirgendswo erscheint und wie ein Fahrstuhl gerade runter, eine Stunde Kerze, bis ganz unten führt, bis zur Hölle. Es wird einfach nur brutales Massaker irgendwann. Und wenn wir einfach weiter den Preis hochdrücken und wisst ihr was? Ernsthaft, Bitcoin tendiert, lass mich das erstmal hier entfernen, Bitcoin tendiert, eine Bewegung zu enden in einem massiven, spektakulären Blow of Top. Also, wie würde das aussehen, wenn wir zur Wochenchart gehen würden? Und wie würde das alles ausspielen auf den Bollinger Bands? Weil ich mag die Bollinger Bands, weil das hilft dir, um zu sehen, wann der Blow of Top da ist. Wisst ihr was? Was besser wäre? Ich würde einfach mal zu CoinChain gehen und meine Coinogy-Seite hochholen. Komm. Ich muss das erstmal löschen und das speichern. Lass mich das speichern jetzt erstmal. Und dann, also, bei 24.000, 27.000, lass uns einfach nur sagen, man sieht das auf eine kürzere Zeit. Ich meine, kannst du sehen, dass die Bollinger Bands weit hier oben sein werden. Und das wäre das logischste Ding, besonders wenn wir das hier in einer sehr kurzen Zeit machen, irgendwo zwischen einer Woche und drei Tage oder so. Wenn wir das schnell machen, dann kannst du sehen, dass das sehr hart zurückkommen wird. Also, und ja, wir sind unter dem 21 Moving Average. Also, lass uns sagen, wenn wir das nächste Woche machen, bei 14.500 sind wir wahrscheinlich bei ungefähr 15.600 nächste Woche. Also, das ist wahrscheinlich, wo wir zurückkommen werden, wenn wir einen Blau auf Top sehen. Wir werden bis da runter kommen und diese unteren Ebenen wieder neu zu testen und dann einen langsamen Aufmarsch nach oben. Also, lass uns einfach sehen, wie das in der nächsten Zeit ausspielen wird oder ob es eigentlich direkt gerade runter geht in dieser Woche. Okay, lass uns rüber gehen zu Ethereum. Und Ethereum tanzt hier rum an dieser Trendlinie, an dieser unteren Ebene der Trendlinie, was jetzt zu einem Wedge-Formation geworden ist, in die wir wieder hineingesprungen sind. Also, kannst du sehen, wir sind immer noch über diesem Support. Wir sind runtergebrochen, sind wieder hochgekommen und dann wollten wir runterbrechen und dann nein. Wir haben genau das gleiche Ding gemacht, wie Bitcoin es gemacht hat. Wir haben Stop-Runs gemacht für die ganzen Bullen da draußen. Die haben euch ausgelöscht und dann wieder direkt runter. Brutal, ekelhaft und besonders, wenn ihr ein Stop-Loss für ein Short und ein Stop-Loss für die Bullen. Absolut katastrophal. Also, deswegen, ja, es sieht so aus, als ob wir total überverkauft sind und überstreckt auf der vierstündigen, aber ich denke wirklich, dass wir uns höher bewegen könnten, weil das gleiche Problem existiert hier bei Ethereum. Es gibt keine Käufer, die interessiert sind bei der 600-Dollar-Gegend oder in der Nähe der 600-Dollar-Gegenden. Und da sind auch keine Verkäufer, keine Hardcore-Verkäufer. Und deswegen, welche Richtung geht da? Es ist die Richtung, in der die Öffentlichkeit unterstützt. Und was unterstützen sie? Ein Auftrend. Die wollen kaufen. Und sie werden eventuell so viel Geld in dieses System drücken, werden sie eventuell aufgeben und werden das System und die Preise viel höher drücken. Sehr viel höher, sehr schnell. Und das ist, wo ich das gesehen habe auf den vier Stunden. Den ganzen Druck, kannst du sehen hier, der einfach nach oben drückt. Und generell vertraut mir, diese Indikatoren, die ich hier anhabe, die sind sehr selten falsch. Und besonders, wenn die sich so zusammengruppieren. Ich bin zurückgegangen in der Zeit und auf der vierstündigen Kerze. Wenn du so eine Gruppierung von diesen Indikatoren siehst, mit so viel Druck nach unten, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass es runter geht. Und bei so vielen Gruppierungen, bei den Grünen, kannst du einfach sehen, dass der Druck da ist. Und ich muss einfach die Seiten wechseln und muss mich auf die bullische Seite stellen zu diesem Zeitpunkt. Weil ich weiß nicht, wo die Bären sind. Weißt du, wo die Bären sind, Inti? Wo sind die Bären hin? Ich weiß nicht. Oh Mann. Also, mit dem gesagt, wenn ihr das traden wollt, ihr könnt wahrscheinlich ein Long hier öffnen. Und natürlich das Stop Loss wäre genau hier, weil das wäre ein M. Und dann könntest du das so machen, bei Femex. Und könntest 600 Dollar Bonus bekommen. Um das zu machen, geht ihr einfach zu Femex.davinciJ15.com und die Informationen sind in der Beschreibung in dem Video. Natürlich, wenn du ein neues Konto hast, dann werden sie dir einen 80 Dollar Bonus auf deine erste Einzahlung geben. Okay. Lass uns reden über den DJ15 Token, weil ich habe ein paar Dinge gemacht. Als erstes, ich habe es registriert mit Etherscan. Also, bald wird dieses Logo sich ändern zu dem DJ15-Logo. Ich zeige euch das mal eben. DaVinciJ15.com Da seht ihr es. Und ja, wir werden das Logo wechseln. Und, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, haben wir diese Webseite geändert und detailliert beschrieben, wie um den DJ15 zu kaufen, wie er funktioniert und die ganzen Eigenschaften von diesem Token. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich wahrscheinlich nur 30.000 Tokens behalten werde. Die Reserve von 210.000 Tokens werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber ich werde nur 30.000 davon gebrauchen. Also, wenn ihr interessiert seid, um die Telegram-Gruppe beizutreten und diskutiert mit uns und habt Zugang zu den ganzen Livestreams und da haben wir eine Telegram-Gruppe, wo wir den Livestream jedes Mal posten und dadurch habt ihr Zugang zu den Livestreams und Events, die über den DJ15-Token gehen, bevor irgendjemand anders das erfahrt. Das ist das wirklich Gute daran. Und ich habe auch den DJ15-Token registriert mit CoinMarketCap. Also, bald werden wir mit CoinMarketCap zusammenarbeiten und heute werde ich daran arbeiten, mich bei CoinGecko zu registrieren. Natürlich dauert das eine Weile, weil sie erstmal einen Antrag durchsehen müssen, um davon auszugehen, ob das valide ist oder nicht und dann werden die das zu deren Webseite dazufügen. Und das wird wahrscheinlich etwas dauern und werden auch mich für etwas Geld fragen. Aber wir werden es sehen. Ich werde euch wissen lassen, sobald sie mich informieren. Und ja, die haben natürlich das Recht, um mich natürlich auch abzuweisen. Das ist deren Recht. Und ja, also. Mit dem gesagt, danke, dass ihr alle geschaut habt. Wir kommen jetzt zum Frage-und-Antwort-Teil dieser Sendung für Pandora Wallet und für DJ15-Token-Besitzer. Also macht sicher, wenn ihr ein Teil dieser Frage-und-Antwort-Gruppe sein wollt, solltet ihr euch definitiv DJ15-Tokens bekommen. Ihr braucht nur eine kleine Menge, ungefähr einen halben DJ15-Token und ihr könnt ein Teil der Gruppe sein. Also, denkt dran, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon werden. Tschau. Tschüss. Tschüss.